Willkommen zurück zu Hallo, ja, hallo, 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 mein Name ist Baum, Baumbart, also, äh, wie sich sicherlich einige erinnern könnten, würden, sollten, bin ich gerade gestorben in der letzten Folge, das war für mich gerade eben vor zwei Sekunden, und für euch ist es wahrscheinlich ein paar Tage später, sieht mein Berg nicht schön aus, sieht mein Berg nicht schön aus, wo sind wir weitergegangen, wo sind wir weitergegangen, ah hier, doch, ich glaube, wir waren jetzt mal ganz oben auf dem Berg, ja, Mach einfach so, ich gehe weitergegangen, hast du dein Bett dabei? Ja, ich habe ein Bett dabei, leg dich rein, was findest du das aus? Ich kann mir jetzt hier ein Bett hin, einfach so, kann gerade kein Bett hinstellen, doch, kannst du, mach schnell, sonst hätte ich noch ein Zombie tun, ja, ich kann gerade nicht schlafen, weil irgendein Zombie noch nähe ist, einfach, sagt einfach zu mir Hallo, hallo, kann ich schlafen, weil ein Zombie bei mir in der Nähe ist, echt jetzt? Ja, muss ich dir mit ein Bett hauen, ja, mache, na, voll der, wie, wo bist du überhaupt? Bin über dir irgendwo, hab dich eben noch gesehen, ja, wir sehen, hier hinten sind deine, ist dein Scheiß, ich schau mal, vielleicht ist der da noch, ah, du bist gar nicht weit weg, ah, so, jetzt habe ich einen Tod gemacht, nimmst du die Zeit? Nö, ich habe jetzt einfach frei nach Schnauze, ich sehe dich da, das hat schon, das war schon richtig, aber, jetzt hat, äh, verliere ich die Orientierung Ich komme gleich nach, ich muss irgendwie nur runterkommen, da ist ein Baum, da komme ich runter, okay, ich muss mal kurz schlafen, ja Oh, das kann doch nicht sein, nicht schon wieder, dein Ernst Mann, was machst du? Komm mal her, ich habe hier ein Bett, ich bin gerade gestorben, ey, Mann, ich kriege echt, du, nee Äh, bin ich denn jetzt? Ja, ich werde wieder von 10.000 Mongos angegriffen Ich bin nicht zu Hause übrigens, ja Alter, jedes Mal, wenn ich, wenn ich da hingehe, werde ich einfach zusammengewichst Ja, und ich bin nicht zu Hause gespawned, ich bin irgendwo anders gespawned Äh, jetzt sei ruhig, du komischer Bimbo hier unten Jetzt haben wir ein Problem, weil wir haben uns verloren Oh, nee, Mini-Zombie Ich werde so sterben, ich werde so sterben, nee, werde ich nicht Wir haben uns verloren, wir haben uns verloren TP mich gleich wieder zu dir Ich muss hier einfach mal, oh mein Gott Alter, ich habe einfach alles verloren, alles verloren, alles, ich habe einfach alles verloren, ey Nein Wer hast du? Ich weiß, hast du Nee Ah, ist Ach, ich bin zu Hause gespawned Ja Ich bleib gleich mit dir zu Hause, nee, nee, das ist mir viel zu viel Aufwand, eine Weltreise hier zu machen Ich will ja eine Weltreise, ich brauche meine Sachen erstmal wieder Facka Kann ich mal wegrennen? Ja, den, den Rennen Ja, kann ich ja nicht Ja, dann musst du das tun? Nein, scheiße, ich bin am Arsch Was meinst du, wie es mir geht? Ich habe nix Ich bin am Bett Aber das ist ja unendlich Immer auf die Kleinen, ne? Nein, ich habe das ganze, das ganze wichtige Staffzeug dabei, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich sterb Für tot Das ist der logische Faktor daraus, der da resultiert Ich will schon dritten Mal jeden Berg hochgelaufen, nee Aber du bist Was, ich habe kein Brot mehr? Nee, habe ich dir weggegessen Bevor ich sturm bin Da sind R.P.s Berottetes Fleisch, habe ich jetzt Gefunden Hier muss ich irgendwo gestorben sein Da ist mein Bett Ich habe mein Bett Ich bin da Kannst du gar nicht bei mir sein Ich habe mich hingeteleportiert Wir können das Spiel nicht ohne Teleport spielen, ganz ehrlich Ich will aber meine Sachen erstmal finden Hey, guck mal, es wird her Ja, ich muss auch meine Sachen mal finden Schau mal, mein schönes verzaubertes Schwert ist schon einfach wieder kaputt Dein schönes verzaubertes Schwert Hast du keine anderen Probleme, als ich habe auch Ich habe ja fast nicht mehr eins, oder? Wieder weg, wieder weg Mir geht's gut, also danke der Abfrage Das kann doch nicht sein Was soll denn das? Alter Alter Willst du mich verarschen? Du bist so ein Opfer, das ist nicht mehr normal Alter Wo bin ich hier noch hinbekommen? Das ist einfach zu lustig Jetzt mal ganz ehrlich, wie das aussah Oh, nee Ich fach schon wieder Nee, komm Kannst du meine Sachen zurückholen? Kann dich zu mir holen Sowieso nicht Meine Sachen, also die ich beim ersten Tod verloren habe Nee, das kann ich nicht zurückholen Ist da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man sieht, wo ich als letztes gestorben bin? Nein Hier war es nicht Ja, jetzt weiß ich, wie man richtig teleportiert Okay Ja, und ich hätte jetzt ganz gewusst Da war die... Machst du wenigstens dein scheiß Bett wieder? Das war auch irgendwo hier Ich will grundsätzlich meine Sachen wieder haben Wir sind an der Höhle vorbei Hier liegt dein Bett Ey, Spaß, komm her Gib dir auch gleich mal Spaß Lass mal lassen Mo, ja, Mo Mo, Jo, Mo, Jo Wo bist du? Komm, lass jetzt mal schnell vorankommen, weil ich will, wenn dann schon so... Wenn schon, denn schon so... So weischen, was ich meine Ja, denn müssen wir mal gucken, wo man hier gestorben ist Ich bin gestorben Oh, Mann Gute Essen Ich muss mich meine ganz schönen Sachen einfach so liegen lassen Ich hab einfach nicht merkt was Hier ist ein Knacken Oh, weißt du, was passiert, wenn man zu viel rohes Fleisch isst? Dann kriegst du Bauchnappen Ja, du kriegst eine Lebensmittelvergiftung Ja, das habe ich schon festgestellt, wo ich offscreen nicht spielte Ja, da, ich habe einfach gerade grüne Essenspiken, cool Wo sind wir denn, Mann, die Wesen, ey? Ja, keine Ahnung, aber guck mal, hier sieht es doch gar nicht so bad aus Ja, ich bin schon fast wieder tot, weil da ein Creeper kam Schon wieder Ja, er stand auf einmal neben mir Hat nicht gezündet oder so, aber war auf einmal da Wir waren da hinten Hä, warum stirbt ihr nicht mit Schabnis 1 auf 2 einmal? Ja, es ist echt toll gelaufen, ey Das war die beste Idee, die ich jemals hatte Einfach nach Hause Ey, wir müssen kurz stehen bleiben Ich muss mir kurz was braten Na, dann brate dir doch einfach mal ein Stück Eier Ein Stück Eier Ey, nehm mal Bambus und Eier Ja, Bambus und so mit Ja, aber wie soll ich denn? Einfach abbauen Verstehst du mich nicht? Ich will meine Sachen wieder haben Ja, damit kann ich dir jetzt leider nicht behilflich sein, die Dame Gibt es eine Möglichkeit, dass ich sehe, wo ich gestorben bin? Nein Aber Gronkh hat das letzte Mal auch immerhin macht So Waypoint Das müssten, ja das müssten Plug-in sein Oh nö, nicht schon mal Plug-in Ich war schon mal Plug auf der Zähne Oh nö, ich hatte so schön erspielt, ey So schön ersuchtet Bist du? Ich laufe der Nase nach Ich laufe der Nase nach Ich laufe nur der Nase nach Hier sind wir komplett falsch Ich bin zu hier komplett falsch Ja, hier hoch, ey Ruhe Puls von 200 habe ich gehabt Schönst du auch noch wie so eine Kuh, ey Läuft bei dir, oder was? Ja, klar Jo, klar Ich bin gerade im Kreis gelaufen Mein Bein schlägt gleich ein Ja, meins auch Ich habe mein Bein wieder hochgelegt Ich war drauf gesessen, yo So, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen Das war dumm Ich fand's gut Ja, das ist schön, dass du es gut findest Das ist ganz toll Ja, hast du ein Problem damit, ja? Ja, ich habe ein Problem damit, dass ich meine Sachen verloren habe Ich könnte gerade richtig schön Ja, das war einfach wie der Beste Das war einfach das Schlauste, einfach in der Nacht loszulaufen Nein Ja, ja Also könnt ihr euch drauf einstellen Das wird jetzt hier Ja, das wird jetzt hier die nächsten drei Folgen so sein Ich werde sterben und Sachen suchen Und ich werde sterben und Sachen suchen Und ich werde sterben und Ja, hier sieht es schon so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen So gut Aber das wird wahrscheinlich schon weg Wo bist du hin? Ich bin hier lang Ich muss mich einfach teleportieren Der Kerl ist unglaublich Ich bin schnell, ja, ich weiß Ich bin total schnell Hier war man schon mal Das weiß ich noch Irgendwo Bin ich hier gestorben Das Zeug wird nicht mehr da sein Nimm mir doch nicht meine Hoffnungen im Moment Doch, ich nehme dir deine Scheiße Nein Und ich frage mich, warum ich keinen Platz in meinem Scheiß-Inventar habe Der ist komplett voll im Inventar und ich habe nichts Ja, das kannst du dir aber selber hinschreiben tun Ich war ja bestimmt schon mal in irgendeinem früheren Leben Ach ja, töte einfach mal alle Tiere, die du siehst Hast du ein Schwert? Doch Knochen, Jungen Hau ich dich mit Knochen In your face Sieht es doch so aus, als wäre hier irgendwas explodiert Oder auch nicht Ach, Manu, kann mir irgendwer sagen, wo ich gestorben bin? Das ist einfach die letzte Pisser-Episode Ja Deine Idee Haha, du hast die Idee, um hier langzulaufen Ich hatte, nee Ja, okay Na gut Kann ich dafür verantwortlich machen? Ich bring dich vor ins Gericht Junge Ja, okay Ja, jetzt ist doch sprachlos Ähm, ja, nee, weil wir sind schon wieder so circa an Zeit angekommen So Und wir haben nichts gemacht Ja, richtig, wir waren einfach unproduktiv Wir waren unpro- Ich wieder Ich wieder oder was Nein, ich hab wir gesagt Ich glaube, ich kann mich wirklich von meinen Sachen verabschieden, denn ich finde sie nicht Ja, hab ich dir doch gesagt, dass du dich verabschieden kannst von deinen Stuff Mensch Ach, jetzt weiß ich, warum ich nicht so einfach gestorben bin, weil ich eine scheiß Rüstung anhatte Ja, siehst du, sowas hab ich auch nicht Ja, du hast mich dir mal geschlagen, als hab ich mir eine Rüste gemacht Aus welchem Grund stehen hier Fackeln im Kreis aufgereiht? Da war ich Ach, da war's gut Nimm die mal, nimm die mit Schön, ich dachte, hier hat irgendwer meine Sachen liegen lassen oder so Ja, am besten Im Kreis markiert, damit du sie wieder findest Ja, genau Nein, mein Schwert ist down Ja, ich schlag hier alles grad mit Knochen kaputt Knochen, Junge, Knochen Da sind RPs und da ist Fleisch Kommt schon, ey, ich will mein Oh, ich will er haben Da ist grad ein Schwein von oben runter in den Haft Einfach so, platsch und raus, kaputt Das ist der Moment Kaputt Ein Schwein Was hättest du sehen sollen Kannst dir angucken Oh, willst du gerade Werbung machen? Ich hab gestern bei TV total gesehen Da war so ein Typ, also ein YouTuber Und der hat allen Ernstes gesagt Geht auf meinen Kanal, geht auf meinen Kanal, abonnieren, abonnieren Echt? Wirklich? Ja, echt? Ja, ja Ich hab gedacht, ey, was bist du denn für ein Bimbo, ey Das ist doch Grundregel Nummer 1, dass man das so nicht macht Hab ich auch gemacht Ja, du Du brauchst wieder besonders viel Aufmerksamkeit Ja, immer Ja, immer Die bekommst du schon so oft von mir, ja Ey, wir sind lange an der Zeit angekommen, du Spaß Gut, dann würde ich sagen Beenden wir das Ganze hier im Nirgendwo Da ist ein Huhn, ein Huhn Komm her, Huhn Komm her Komm her Ja, nicht Wir beenden das einfach mal Cool Weißt du und so Und tschüss Beste, beste Absch... Dings Tschüss Tschüss